und damit begrüße ich euch auf das aller intensivste hier auf meinem kanal dennis gaming zu einer neuen runde football manager 2022 und ja wir machen weiter ich bin zumindest schon mal in den nächsten tag gesprungen aber jetzt muss ich für mich mal in die musik etwas leiser machen so schon viel besser in den nächsten tag gesprungen das heißt heute spieltag match day und zwar gegen die b11 unseres sv werder brems und man an der erste stelle möchte ich aber danke sagen an den lieben hd 3680 der hat mich kommentiert unter dem letzten video und ein paar anregungen gegeben unter anderem als anregung dass wir das mittelfeld in der form umbauen dass wir zwei zentrale mittelfeldspieler haben sprich hier auf der höhe von mbom sähe dann so aus ein davon offensiv agierend einen defensiv kann man machen werden wir auch mit sicherheit testen ich würde erst einmal hierbei bleiben wollen aber es spricht auf jeden fall nichts dagegen da auch mal ein bisschen was anderes zu machen auch gern in dem test spiel schon des weiteren hat er geschrieben toprock verkaufen okay und geld in die leere kasse zu spielen ja wir werden auf jeden fall noch transfers haben wir werden auf jeden fall spieler abgeben müssen wir haben auch zwei angebote bekommen zum beispiel da gehen wir gleich hin ins postfach unter anderem für den simon straudi und für den romano schmied den ich natürlich theoretisch gerne erhalten wollen würde aber das wird natürlich sehr sehr schwer und theoretisch brauchen wir auch das geld müssen wir mal gucken ob das klappt oder wie wir da verfahren dann hat er auch geschrieben wenn für noch dieselben werte wie im 21er das weiß ich jetzt natürlich nicht ich habe den 21er nicht gespielt da ist einer der besten stürmer der zweiten liga die sollte man von ausgehen ja dass ein füllkrug mit so viel erstliche erfahrung in der zweiten liga auch sehr gut bestehen kann müssen wir mal gucken ob wir den halten können oder ob der weg will wie auch immer dass das wird sich alles ein bisschen jetzt noch ergeben in den nächsten zwei drei wochen beziehungsweise lange hat das transferfenster offen das hat ja noch deutlich länger offen in den nächsten sechs wochen genau und dann kam noch dass er besser passen würde beziehungsweise dass ich ihn dann als pressenden stürmer spielen lassen könnte aufgrund der taktik tikitaka hoch verteidigen stark pressen ja da da spielt dann eigentlich auch wieder in die karte den das mittelfeld hier zu verstärken sprich zwei zentrale mittelfeldspieler müssen wir mal gucken und bei standards ist er tor gefährlicher als ding chi ja das ist er hat ja eine gute hat ja gute kopfball werte zum beispiel kopfball technik sprunghöhe das sieht natürlich ganz gut aus bei ihm aber ich möchte auch ganz gerne den den ding chi mit einbringen man kann das natürlich auch tauschen wir können füllkrug von anfang an und ding chi dann reinbringen das können wir mal im zweiten testspiel so machen gegen gegen wolfsburg da können wir das ruhig anders machen da bringen wir dann füllkrug zuerst und dann ding chi des weiteren habe ich noch mit in den kader jetzt genommen fabio ich hoffe ich spreche es richtig aus kia rodilla ich habe mal glaube ich gehört dass das ch hier in dem fall als chaos gesprochen wird bin ich mir aber nicht hundertprozentig sehr und den nick wollte mal da habe ich hier auch mit reingenommen und dann haben wir ja und dann kala so weit zusammen ein paar lenker und bitten kurz sind verletzt goller ist verliehen kann ich auch eigentlich nicht verfügbare spieler rausnehmen und das nicht im verein nehmen wir raus so ich würde eigentlich schon ganz gerne immer sehen wer hier unten sonst noch so ist und den mio backhaus tory der talent den habe ich auch noch mit reingenommen 17 jahre alt dann haben wir zumindest erstmal hier einen zweiten keeper der plogmann ist nämlich verletzt und der dos santo sesela ist verlieren und deswegen konnte ich die nicht nehmen jetzt schauen wir uns einmal kurz den posteingang an wir haben wie gesagt ein angebot für romano schmied von crystal palace und von watford 1,7 insgesamt 1,5 diese 1,2 sind ablöse sofort und der rest ergibt sich dann quasi als ratenzahlung und für simon strauni so ich finde es aber insgesamt leider ein bisschen sehr also 1,7 bei einem marktwert von 3,4 bis 5,2 klar wir sind in der zweiten liga wir brauchen das geld aber eigentlich will ich ihn halten und deswegen würde ich eigentlich versuchen wollen ihn zum bleiben zu überreden oh je der geht schon gleich negativ ran ich will aus dem an mir gezeigten interesse schon was machen ich hoffe wir können uns auf etwas verständigen womit beide seiten leben können aie 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 so 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 also 5 millionen will ich für den auf jeden fall haben ich bin mir fast sicher crystal palace wird das nicht zahlen wollen aber achso das ist hier schon eingetragen so angebot abgeben und das ganze bei watford dann auch noch mal obwohl da will er ja nicht hin dann können wir hier ablehnen dann können wir das hier ablehnen ja wir haben ja unser versprechen ich sag mal wir haben jetzt ein gegenangebot gemacht 5 millionen wenn die es annehmen okay dann ist er weg dann haben wir fünf millionen mehr auf dem konto ansonsten bleibt er eben bei uns über die saison hinaus bzw für die kommende saison so simon straudi würde ich aber eigentlich gerne halten wollen erst mal der sieht technisch ist super tackling passen ausdauer ist jetzt nicht der schnellste wo haben wir denn die schnelligkeit hier helfen antritt 8 aggressivität und entscheidung ist ja offen auf den dingens dass wir gerade gucken ist ja auch vertransfer liste und auch noch mal gucken ob der auf der leihliste ist gut den behalten wir sofort fahren jetzt ist gleich er ist frustriert dass ihm ein wechsel zu torino verwehrt wird da hast du dich kann da sprechen wir selber mit straudi einzelgespräch das versprechen gibt es jetzt nicht also dass der story das kann ich nicht machen es ist halt einfach so wir nehmen die die vorgeschlagenen 1,3 so wie gesagt wenn ihr noch tipps anregungen ideen habt immer in die kommentare aha guckt euch das an mein klient ist bereit für vertragsgespräche hätte aber auch kein problem damit vorerst bei seinem jetzigen verein zu bleiben 15 interessierte vereine alter verwalter gut ich würde sagen das haben wir ganz gut hinbekommen so einführung mannschaftsgefüge das gucken wir uns nach dem spiel an bzw schaue ich mir das dann ganz in ruhe an wir machen jetzt auf jeden fall noch das spiel sonst kriegen wir das in dieser folge doch nicht muss ich das echt zumindest im kader vorstellen muss ich mich so ich würde mir keine versprechen abgeben aber ich will über unsere sportliche erwartung in dieser saison reden ich werde versuchen das mitfeld zu verschenken ich werde die umspielung mit chancen geben ich will niemanden das vormachen wir müssen spieler vormachen blablabla das das ja die entscheidenden runde ihr könnt auch einfach ein bisschen gas geben leute ich weiß immer nicht was passiert wenn wir jetzt sowas auswählen aber eigentlich ich weiß ja nicht was mit entscheidender runde gemeint ist das war jetzt natürlich auch blöd formuliert wenn die jetzt natürlich mit der entscheidenden runde das finale gemeint haben okay das natürlich ein bisschen schwierig aber wenn jetzt irgendwie weiß nicht viertelfinale oder so achtelfinale warum soll das nicht drin sein aber wir machen das entspannt ich bin mit dem schaukelung zu gehen und erwarte keine großen auswirkungen laufen das ist auch ein super soll ich mir das vorgestellt da wir uns jetzt alle einig sind erwarte ich von euch dass sie akzeptiert zusammenfassung wo die brauchen wir uns jetzt normal angucken am ende des tages sind alle weitestgehend positiv gestimmt ja gut strau die natürlich ein bisschen schmied wahrscheinlich auch wo auch immer ist ja so jetzt können wir aber spielen oder einführung training mache ich später wir werden ein paar dinge außen vor lassen in der form dass zum beispiel das training den trainingsplan der co trainer erst mal erstellt und was war das hier aufstiegsquote titelquote 2,4 titel favorit ja na gut war klar dass wir mit schalke sehr weit vorne landen zumindest bei den wettanbietern sag ich mal müssen wir gucken an pressekonferenz teilnehmen natürlich so die spieler wärmen sich auf jetzt geht es endlich los mit dem ersten spiel mit dem ersten test spiel hier im kleinen stadion sozusagen so spielvorschau so starten war ich bin gespannt es wird unsere chancen um welten verbessern tim justin dietrich nicht zu pressen wenn er angespielt wird da frage ich mich jetzt aber warum das verstehe ich nicht ganz wir machen es jetzt mal aber das muss ja ein grund haben warum da steht um welten verbessern aber verstehen tue ich es nicht okay das klingt ja ganz wild vor allem so ohne fans klingt das ja ganz komisch ich habe jetzt hier eingestellt dass wir nur die highlights quasi im spiel sehen und ansonsten müssen wir uns ein bisschen hier auf die taktik verlassen das was auch entsteht das kann ich kaum lesen das ist immer so schnell vorbei freistoß wird gegeben das ist aber ein einwurf alles klar das ist genau das was ich nicht sehen wollte ja brauchen wir uns jetzt nicht fünf mal angucken ähm leute so nicht so nicht so 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 rapp auf agou agou in die mitte das marvin duksch und da ist füllkrug nach vorlage von marvin duksch und vor vorlage von felix agou da ist der Ausgleich aber insgesamt sehr behäbig das Spiel aus unserer Sicht also aus der A-Mannschafts-Sicht finde ich nicht gut, bin ich überhaupt nicht mit zufrieden oh nee, oder? nee, war kein Absatz ich dachte gerade, warum ziehen die da so eine Linie? so aber jetzt warten wir nochmal eben den Freistoß ab schade, Alutreffer glaube ich ne, wenn ich das richtig gesehen habe aber pausieren ich möchte nochmal wechseln und zwar würde ich ganz gerne, wir gucken auch mal wie die ähm wie die Kondition ist das sieht ja insgesamt hier auch bei den Spielern noch recht gut aus heißt aber vielleicht im Umkehrschluss auch, dass ich nicht so wirklich viel gelaufen sind ich würde sagen, wir tauschen einmal komplett durch ich würde auch dem Mio Backhaus eine Chance geben wollen ähm Rapp geht äh Quatsch ja doch, Rapp geht raus dafür Christian Groß rein Veljkovic bringen wir für für Friedl und dann tauschen wir hier die Positionen ähm kann der auch außen spielen? nein könnte Veljkovic außen spielen? nein da muss Toprak draußen bleiben blöd gelaufen Simon Straudi bringen wir für M-Bomb und den Nick Woltemade bringen wir für Marvin Duxch verteidigen und Woltemade ich weiß nicht warum das hier ähm ja Silber sozusagen ist weil das etwas ist, was er noch erreichen kann oder oder ist das schon? ne, das wird wahrscheinlich etwas sein, was er erst noch erreichen kann glaube ich, ne? muss man mal gucken ähm so dann würde ich sagen machen wir weiter mit den ganzen Wechseln Schmidt hier nochmal mit der Flanke auf Azaleh aber der ist halt nicht so groß da hätte man in dem Moment eher einen Füllkrug gebraucht was war das? ein Tor Milos Veljkovic nach Vorlage von Niklas Schmidt nach diesem Freistoß hier sehr schön 2-1 gut Spiel gedreht aber sollten wir uns noch nicht zu sicher sein Azaleh hier Ball abgefangen Nick Woltemade hat jetzt hier die Chance Nick Woltemade oh das war zu schwach das war zu harmlos da muss nächstes Mal muss er da besser draus machen so nochmal ein Wurf hier von links Straudi mit dem Kopfball aber ne das war nix gut nach hinten gearbeitet von Azaleh Jung auf Straudi Straudi ja wieder zurück auf Groß wir müssen mal gucken dass wir die Geschwindigkeit von Azaleh so ein bisschen ausspielen können und dass wir da hinten jetzt mal wieder rauskommen gut schön verlagert so und jetzt nach vorne sehr schön Niklas Schmidt mit der Flanke auf Füllkrug boah aber oh nicht mal gehalten das sah so aus als wenn er gehalten hat als wenn er noch dran war ah ne das war nicht gut von Woltemade das war nicht gut von Nick Woltemade unnötig so Veljkovic auf Agu Niklas Schmidt oh schönes Ding von Niklas Schmidt schönes Ding super gemacht von Woltemade und ah schade aber schöner Schuss schöner Schuss also es läuft deutlich besser jetzt haben wir so ein bisschen an den Schrauben gedreht natürlich jetzt auch andere Spieler auf dem Feld wobei ich aber sagen will es war vorhin vielleicht auch einfach taktisch zu spät umgestellt einfach die ganzen Sachen Simon Strauli Asalie so und jetzt mal rauf da oh schön schön hat er aber nicht gut mitgekriegt na da konnte Phil Krug auch nicht hin der stand im Abseits schön gemacht von Simon Strauli Niklas Schmidt auf Felix Agu nochmal auf Schmidt und das gibt einen Freistoß doch nicht na gut so machen wir hier vielleicht noch das dritte Tor würde mich freuen und oh wieder Phil Krug aber nicht getroffen aber wir gewinnen 2-1 nach einem holprigen Start und haben uns das und am Ende das sehen wir hier an dieser Linie auch deutlich verdient die B11 stand hier hat hier ab hier gar nicht mehr stattgefunden ab unserem Ausgleichstreffer und ja am Ende kann man dann vielleicht sagen verdient und damit würde ich sagen langes Video auf jeden Fall ich werde das eine oder andere rausschneiden also das Video wird keine 40 Minuten gehen was ich hochlade das ist doch ein bisschen zu viel vielen Dank fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst gerne den Daumen nach oben da und gerne wie gesagt Tipps, Ideen, Anregungen in die Kommentare macht's gut und ciao ciao Bis zum nächsten mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.